2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3. Da liegt noch ein Ei rein. Warte. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. Jetzt müssen wir eben sagen, ob wir noch näher sind oder nur. Ja, 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 da habe ich mir schon gerade gezeigt. Das war Nummer 1, gelungen. Zurück, weiter totstellen. Na doch, nicht gut. Kann man schon sehen, ob das Männchen oder Weibchen sind? Nee, kann man es absolut noch nicht erkennen. Nur durch Endoskopie. Sowieso auch bei den Altstärchen eigentlich. Das ist ja kleinste. Guck mal, wie schön die sich totstellen. Aber die sind doch alle gut dabei. Das ist ja kleinste. 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 Das ist ja kleinste.